Applaus Pfeifen Pfeifen Da brauchen wir mal Pfeifen, sehr gut Oh! Wo soll der noch? A Allowers Oh! Gut, wo hat er denn den D rausgekriegt? Na! Gut so, Jakob! Wann ist das? Jetzt geht er doch unten. Richtig! Ja eben! Genau so! Wieso ist er doch faul? Und? Wer war das? Ja, das haben wir dann schnell wegrennt. Leute, 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 Leute! Ihr lasst euch Bälle rausfangen, das ist unglaublich! Ja, aber nach dem vierten Schritt denn? Paul hätte gehen! Jetzt aber andersrum! Wir werden schwimmen! Die Dauer! Genau so! Oh! Ja! Sauer! Du bist einer mit Opferkrieg? Ja! Sauer! Jahaj!! Ich dachte hier das wird so auch jetzt sting wir bedrohen wie Karl Vielen Dank. Applaus 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 Der war gut! Der war cool! Und der Straf muss das gehen! Der schiebt doch lieber! Der Stürmer fährt rein! Ja, genau! Ja, ja! Jetzt muss er schon sehen, ob das greift oder nicht! Der Stürmer fährt rein! Jetzt der Stürmer fährt! Jetzt der Stürmer fährt! Der Stürmer fährt rein! Jetzt aber, Lenny! Jawohl! Cool! Ja, der ist jetzt frisch! 17! Ja! 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 Ja, der legt zu bald. Luch am euch, oder? Ja, 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 ja.